Sie stehen vor Ihrem Auto? Nun, vor dem, was noch davon übrig ist? Was jetzt? Keine Sorge, wir von der Raiffeisen Leasing begleiten Sie im Schadensfall. Jetzt heißt es erst einmal Ruhe bewahren. Und dann sind es nur noch fünf Schritte zur Schadensabwicklung. Los geht's! Erstens, melden Sie Ihren Schadensfall schriftlich bei der Versicherung und informieren Sie die Raiffeisen Leasing über den Schaden. Bringen Sie außerdem das Fahrzeug in eine Werkstatt und informieren Sie diese darüber, dass es sich um ein Leasingfahrzeug handelt. Lassen Sie Ihr Fahrzeug dort von einem Sachverständigen der Versicherung besichtigen. Zweitens, im nächsten Schritt ist zu unterscheiden. Handelt es sich um einen Reparaturschaden? Dann können Sie Ihr Fahrzeug einfach reparieren lassen und mit dem Auto wieder nach Hause fahren. Die Verrechnung der Reparaturrechnung erfolgt zwischen Versicherung und Werkstätte. Ein eventueller Selbstbehalt wird von Ihnen direkt in der Werkstätte beglichen. Handelt es sich um einen Totalschaden, geht es weiter mit Schritt 3. Denn vergessen Sie nicht, Ihr Auto hat noch immer einen Wert. Und keine Sorge, im Fall eines Totalschadens stoppen wir vorübergehend die Mietvorschreibungen. Drittens, bei Feststellung eines Totalschadens wird der Wert des havarierten Fahrzeugs geschätzt. Ihre Versicherung gibt Ihnen dann Auskunft über diesen Restwert und leitet Ihnen auch das Bestangebot für den Verkauf des Fahrzeugs weiter. Sie können dann entscheiden, soll das Fahrzeug durch uns zu diesem Preis verkauft werden oder nicht. Achtung, hier gilt schnell sein, denn das Kaufangebot ist immer nur für kurze Zeit gültig. Bitte bedenken Sie auch, dass Ihnen für die abgestellte Havarie vom Standort Standgebühren verrechnet werden können. Viertens, teilen Sie uns so rasch wie möglich mit, ob Sie das Fahrzeug selbst behalten wollen oder das Kaufangebot annehmen. Das war's auch schon, jetzt übernehmen wir. Fünftens, im letzten Schritt rechnen wir noch die vorzeitige Beendigung des Leasingvertrages unter Berücksichtigung von Versicherungsleistung und Verkaufserlös fair ab. Sie sehen, Unfälle passieren. Aber mit der Raiffeisen Leasing als kompetente Beraterin an Ihrer Seite können Sie auch im Schadensfall mit starker Unterstützung rechnen.